Die einzige Macht und eine weinige Macht in Deutschland mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfers sind, in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht mehr weit, sondern in Minderheit aufgemacht haben. Und weil dieser beste Rassenwerk der deutschen Nation mit einer stolzen Selbsteinschätzung mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes worden ist, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. Untertitelung des ZDF, 2020